Jo, hallo, willkommen zu einem weiteren verlorenen Placement-Game. Wie ihr sehen könnt, sieht ihr meine Niederlage noch nie? Nicht? Aber sobald er hier connected ist, sieht ihr warum wir verloren haben. Und er ist kein Scherz. Es wird gefiedelt. Weil er mit Lane einfach so dumm ist. Ich meine, er hat sogar das Pick von allen. Oh nein. Also ich muss ja diesen Champion picken. Und er wird wahrscheinlich aufrieren. So wie ich die League-Community kenne. Vor allem... So früh... Wir sind ja nicht mal so weit im Game. Die ganzen Schlanger-Diots, die haben ja schon längst die Placements durchgezockt. Aber das ist jetzt um zu einem Lappen, der spielt. Magst du mehr Platin oder so? Aber machst du bestimmt nicht. Hier, guck mal, der war letztes Season noch nicht mal Prongster. Also er war letztes Season Prongster. Und er spielt Twisted Fate. Gegen Fizz. Mit Ignite. Anstatt irgendein defensiven Summoners-Badmots, wie zum Beispiel Team... Nee, TP wäre dumm. Wie zum Beispiel Barrier, Exhorst oder so. Nein! Muss ja natürlich Ignite sein. Ignite ist Leben, wa? Ignite ist Hope. I'm not for me. Son of a bitch. Ignite ist aber dumm. Ehm, Ignite mit Lenking Fizz benutzt als Twisted Fate. Der gehört auch immer Punk-Selo. Ah, ich weiß, was dieses Spielwitz sein wird. Help me close, manches, please. Ah, für den Shaco wahrscheinlich. Ja, ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Bart Bart. Der Bart Bartz-Selo. Bart 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 Bart. Bott, 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 Bott. Bott! Bott, Players ... ... Komm rein. optimistic... A 力 explicativativativ... ... ... mit und die Kirchen sind mit dem Postmann die Opfer Mann, Junge, bist du, bist du gekommen? Okay. Und dann hat er noch nicht mal bekommen. Doch, der hat ihn bekommen. Nee, ich helfe nicht. Ich lache noch nicht. Nee. Was ist denn? Ich lache noch nicht. Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße. Oh, leif, wie smooth ich das ausgewichen bin. Ich will jetzt nicht den Spielschild nehmen. Ich will jetzt nicht den Spielschild nehmen. Ich will jetzt den Spielschild nehmen. meist welches Leben aus den Künstlern und der Versuchtsinne die Mettbewerbs noch E. 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 Arsch. Immer den Ding zu beten. Nee, den Ding ist Windows 9 schon mal bekommen. Immer schönes Manner ausbeten. Und der kriegt das Problem. Nice. Und sogar noch ein Doppelkill. Nice! Und das ist ein Fries. Andererseits wäre es so richtig geil. Dankeschön, wie ist ein Golfball? Mann? ja nun schon so lebt meistens und der Bart macht doch mal was und macht das toll ist in der Autotext um um komplett 100% schuld die Konzern zum nichts benutzt gar nichts gemacht schläft nur gehen lassen so 100% und schuld hat so eine 10 Prozent ich habe auch gedacht der Bart reagiert schon mit dem Kio und die Hälften stunden und so ein Kio und wird nicht Nein Ja, äh, offensivste Genie der Welt Ja, genau, wie soll ich sie denn töten, wenn die noch nicht mehr Vision haben, wenn die fast full live waren? Soll ich zaubern oder was? Wenn ich etwas gemacht habe, konnte ich auch nicht machen Ja, VDF bist du Elo? Ja, VDF bist du? Ah, ich hab ihn verschockt, du, wir sollten verschwinden In Allah, he has been slain, fuck Und schon schießt du Dankeschön Komm schon, Tower live, fuck it Warum Tower liveen die nicht? Wenn man einmal die Tower live, dann Tower liveen die nicht Das war nicht, weil ich schlobe ja Ich glaube, der Bart denkt, dass wir leckigen sind Das ist mein ganzes So viel Damage hab ich nicht So viel Damage werde ich auch nicht machen in der nächsten Zeit Das wird noch lang, das wird sehr lang Das steht 5 5,2 Das ist gerade sehr gut Und Das wird die Wie? Vielleicht Wie? 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 Dankeschön. Ich glaube, dass diese Dinger keine Mama geben. Ich glaube, dass diese Dinger nicht so gut sind, dass diese Dinger nicht so gut sind. und durchsorten ist es gibt gegen die die für uns japanisch schon daran gedacht dessen müssen Spell ja genau halten nicht nur kann man man nicht ab dem anderen zwischen nur etwas machen hollocken wir haben es geschafft 1 zu dritten ein bisschen dann macht sich der mitsch ab Romano macht es zu tun mit nun von mir warten die Schmerz Nutzner Jesus um Schüter wirklich was ich dachte ich denke an Lacki ja und jetzt stimmt doch noch Ich bin tot, was für eine Scheiße, Mann. Oh mein Gott, er ist aber nervt, dass man ihn notet. Sieht ihr das? Besser, ich will niemals durch das Feld gegen Fist. Aber ich finde es lustig, dass Part einfach nicht unsere Teamkampfe in Frage gestellt, sondern Spielstil. Und Fist macht einfach so viel fucking damage. Das ist echt unglaublich. Wohin schaut halt einige schon. Vor allem, wie viel hat er seine Ulti da ab? Das war ja echt unglaublich. 10% er hat nur 10% Kulon. Hat aber hier 5 Sekunden Kulon ab, äh, Ult ab. Ist immer logisch. Ist immer wirklich logisch. Genau, ist er wie Ulti dazu. Also hat er auch keinen Kulon. Auf seiner Ult. Hat aber trotzdem ein richtig gutes Kit. Sind alles Sachen nur schon vorne. Junge, überleg dir auch mal, wenn die eure Chaplains macht. Gut. 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 Ich habe versucht. Oh Immer diese Scheiß-Teams, man. Fields, Batman. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Schass ist der witzig zu sein. foll, man kann nichts machen, man wird einfachgecampt wie sonst was. Man hat einfach hartgefickt. Man kann sich dagegen nicht wehren. Das könnte ich auch wieder sein. Oh nein, die alle kommen jetzt zu mir! und tot was soll mir jetzt nicht fertig Kreditkuss Und zack. Und Allah has been slain. Das ist Game Over. Ich will nicht spielen, weil ich auf jeden Fall kann ich mindestens einmal spielen. Und dann scheiße rauskämen. Sonst was. Letzte denen war es für so wenigstens einen guten Jungle, aber diesmal haben wir gar nichts. Deine Lane war gut. Wir haben hier einen Haufen Müll. Nein, 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 nein. Ich hab grad die Lane erst rausgepooscht, what the fuck? Nein, das war doch mal wie vor. Ich kann sich nur so gut gönnen. Ach, scheiße. Das war so gut. Aber trotzdem gehen wir nicht mehr mal. Oh Gott, da ist ein Fiss, da ist ein Fiss, da ist ein Fiss, da ist ein Fiss. Was? Was? Oh Gott. Okay, wir rappeln uns einfach wieder auf. Alles in Ordnung. 1 für 1 Trade. Ne, ist okay. So in unserer jetztigen Lage. Denn je gefehlt man es, wenn man es. Also schlechter werden die 1 für 1 Trades. Oh Gott. Oh Gott. Nein, ich weiß jetzt wie ich es abwehre. So. Oh Gott. auf von mir laufen bitte zu reden anfang das ist immer noch ein Lacki um um die ich meinst du und die verkritte die schule ab der die Kraft von Sekunde geworfen oder so GENAU Scheiße Na, ich bin tot Und jetzt haben wir gerade in den Kühe gekommen Ah, live, wenn es heilig ist, kann nichts machen Unlucky Wenn man als ADC Ein Late Game ADC einmal zurückfällt Das ist eigentlich ein GG Guck mal, dass er in Mate getwittert Scheiße, das ist ein Spung jetzt, ne? Ein Mini-Gash Oh, ich fahm, fahm, fahm Ich muss fahmen Fahm-Rama und so Doll Die Trauilzeit mit den Das für andern Shutdown Schles ich bin sehr useful Schokobox mein Geld kein Geld ein mein Mann an einem Pohnen der Kampfer mit dem Rappen die Kunst ausgut Spau Ich habe wenigstens mehr erfahren, als der gegen Shady Seed Und das halt auch so bleibt Wenn ich immer mehr erfahren bekomme, als der gegen Shady Seed Das ist toll Das ist mir auch okay, Mann Ich bin... Ich habe vergessen, dass wir schon davor geflasht haben Wie hat er sich geheilt? How? The fuck? Nice Hacks Wirklich Nice Hacks Das ist jetzt gar kein Jock Nice Hacks Ich brauche nicht mehr Ich brauche nicht mehr Jetzt kommt mal eine Kritschance und uns leben und uns leben und uns leben niemand verschäbt und manchmal schweiz alles klar ich meine zwei mehr als auch wir schweiß nein Nein. Schade. Und schuss. Alter, wer schlatzt. Warum was auch damage? Alter. Nein. So gut bleibt niemand. So glückend kann er niemand flamen. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Scheiße. Schade ist die Falter. 1 ja, jetzt einfach ja, ihr seht, versuchen, mich irgendwie hochzufarmen und versuchen, irgendwie farmen zu bekommen und damit immer weiter stärker werden um denn im Let Game nützlich zu sein in der Zeit so gemisch ist die Komplettius wohl aber ich nicht ich bin nur Komplettius das mein komplettes Team ist ja ja, muss los Geh, geh dich rein, ohne, geh dich rein oh Gott die haben wir, wie wird's jay, wenn ich jetzt kriege den Marsch viel mehr geschahen aber, äh, betonen die sich auf den ich bin nicht mehr useless ich bin langsam nicht mehr useless nein seit es ist es vorbei nein, kein zu erinnern oh Gott da habe ich nicht da habe ich nicht auf mich geachtet hier habe ich den Köbel kommen seriously, hier habe ich den Köbel kommen die hier gebe ich den nicht die nicht ich bin da! aber ich bin Fenton Dancer 3 3 3 3 4 4 5 glaube ich schon noch ein Kredit hat erst hier 100% Kredit Chance ohne Herstopp sobald feuerlich mehr Blutwöster für den Sustain das wäre Schluss gewesen und da waren wir schon welch hier in Autothek Speich und ein Schildes nur schon ab Das ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich wollte sich Hilfe pingen Nein, 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 ich werde nicht sterben Komm schon Jej, ich habe das letzte Wunde Flutus sei eh schon, wir sind auf der Flutus, 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 Flutus Flutus gibt es so, komm schon, schnell Ich will schon wieder am Base Base Ab in die Base Mit wiederern die Sonne Wie können wir das noch finden wir können weiter so stehen in die Linie ich muss nur mit dem Kumpf muss nur mit dem Kumpf müssen sie sind jetzt schon fast nicht ich bin ja schon zufrieden als ich heute für es ist in der Zwischenzeit das Stil und Lido Leute an Schocko ich hab zu holen Olaf's Axt Ich bin jetzt mal ganz ernst, ich dachte so, Olaf's Axt, die so viele Sternen gemacht hat Oh mein Gott Naja Die sollten nicht öffnen, die sollten nur kurz eigentlich nicht öffnen Das habe ich jetzt gelernt Liebes Tagebuch, ich habe gelernt, dass Witzelwer niemals öffnen sollte Mischten sollte ein bisschen auf Tinkliss gehen Bisschen, ein bisschen mehr Wenn man so viel wie er Tinkt kann Kann sogar nicht denken NEIN oh mein gott wir haben so gut gespielt am ende oh mein gott naja ich hab ja schon am anfang gesagt game over das war's mit den placements für heute und tschüss die Lappen